Servus, gerade sind wir angekommen hier in Rio, nach einem langen Flug, hier der Bundestrainer, so im Stress. Gerade angekommen, jetzt geht es später noch ins Trainingszentrum. Die Jungs müssen sich präparieren, bisschen warm machen und dann geht es morgen weiter. Viele grüße. So, gerade eben in der Ringerhalle, also in der Aufwärmhalle angekommen, ist mehr oder weniger ein Zelt mit zwölf Matten, brutal. Hier sind sechs, ich kann mich mal drehen, ein bisschen langsam. Zwischen drin unser Physio, der Klaus und hier ein paar Trainingsgeräte, alles vom neuesten Stand. Hier sind weitere, acht Matten sogar, also 14 Matten, ich korrigiere. Überall steht hier so eine Getränkebox, mit frischen Getränken drin, gekühlten Getränken. Richtig geil, können sich die Jungs richtig gut vorbereiten hier. Und natürlich nicht zu vergessen, nochmal ungefähr 20 neue Fahrräder. Mal schauen, was die Brasilianer danach mit denen machen. ein paar Punkte. Und Allison, wir sind nicht so von uns das, wirlen. Alles ist es kein Thema. Und das ist kein Thema, wenn wir uns alle die Bürgerkühle in die Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020